Mit sechs stand ich das erste Mal in der Turnhalle, mit 15 bei meiner ersten WM. Sogar ein Tournelement wurde nach mir benannt. Nicht nur durch die Freude am Sport und durch hartes Training konnte ich das erreichen, sondern vor allem durch die Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Deswegen, mach mit bei der VR-Talentiade.